Ah, hier ist eine. Ja, das ist das, was ich haben wollte. Also, falls das Spiel ein Ziel... Lieber auf den Gegner gucken. Also, falls das Spiel eine Zielhilfe hat, dann ist die auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wenn ich dann mal eben nicht den Gegner anziehe, sondern eine dämliche Kiste, die irgendwo fünf Kilometer woanders steht. Okay. Wo haben wir die Knarre? Da haben wir sie. Das soll eine Schrotflinte sein? Das sieht eher aus, als würde ich da einfach nur irgendeine Art von Aufsatz auf meine Pistole drauf klatschen. Über sowas von. Lass mich raten, das benötigt dann auch noch andere Munition, richtig? Dachte ich mir. Tippe die Rechts-Taste um das Schnellmenü... Achso, genau. Das habe ich ja schon mal gemacht. Da habe ich ja per Zufall dann gesehen gehabt, dass ich dann so auswählen kann. Zwei Schuss! Okay. Cool. Zwei Schuss... Hat er gerade wirklich einfach nur einen Aufsatz drauf geklatscht? Das ist die Knarre. Das ist einfach nur ein Aufsatz. Ja gut, ich meine, spart Ressourcen. Nooo. Jetzt kann ich auch endlich mal hier weiter. Äh, vorausgesetzt ich weiß, wo weiter ist. Wait. Geht's hier gar nicht weiter? Ist das eine Sackgasse? Äh... Cool. Warum duckt der sich? Ich drücke da echt keine Taste. Der duckt sich automatisch, wenn ich da aus der Ecke da rauskomme. Das ist egal. Warum? Schön. Egal. Warum... Ist hier irgendwas Tolles? Oder konnte ich hier die ganze Zeit schon hin und bin aber nur nicht hier hingelatscht und... Ich hab da jetzt einen Bauplan gefunden. Ich hab da jetzt einen Bauplan gefunden. Wo zum Geier soll ich gerade hin? Soll ich wieder hier raus? Ich glaube ich soll raus. Das ist richtig. Eine Auswahl. Ich glaube ich soll raus. Und dann wo anders hin. was da? Das ist gerade irgendein Gegner aufgeploppt. ich sehe dich kollege echt jetzt ja was mit der maschine das ist mir wel Hilfe! Okay, ich darf dann scheinbar wohl erstmal die dämliche Maschine irgendwie auseinandernehmen, was gerade überhaupt nicht gut ist, weil ich hätte das vielleicht viel früher machen sollen, aber dadurch, dass ich den ignoriert habe, habe ich jetzt quasi diese dämlichen Mutanten plus die Maschine. Oder Roboter, vielmehr gesagt. Und hat man ja gerade gut sehen können, wie toll das ablief. Daher bezweifle ich mal, dass das irgendwie gut funktionieren jetzt könnte. Hallo, wie geht's denn so? Ja. Es ist fast eine Wand gewesen mit Stacheln. Schöne Spaghetti. Warte, 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 warte. Loot. Geiler Angriff. Geiler Angriff. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Ich speichere jetzt gleich, wenn ich's kann. Konnte ich, glaube ich, oder? Ich meine, ich konnte speichern hier. Ja, guck dir die Knarre weniger an. Ich will speichern gehen. Ja, ich kann speichern. Super. So, dann dürfte ich jetzt nicht halt wieder die Knarre da holen, eh, hinten holen, beziehungsweise den Bauplan. Hoffe ich zumindest mal. Äh, das ist die Shotgun. Die brauche ich gerade nicht. Den greift er gar nicht an. What the fuck? Okay, kann ich dann vielleicht die Maschine von hier aus zerstören? Schön, dass der Cop geplatzt ist, obwohl die Tür zu war. Was hat mich denn angeschossen? Hat der Panzer brechende Munition, oder was? Wow, was ein geiler Wurf. Was ein geiler Wurf. Oh, what the fuck? What the fuck? Ich hab meine Knarre nicht, what? Was sind Türen? Ich brauch keine Türen. Warum ist meine... Hallo? Der lädt meinen Speicherstand nicht. United wünscht einen schönen Tag. Wo ist mein Speicherstand? Was? Wait. Freie Auswahl. Ich hab die Knarre immer noch nicht... Sorry, what the fuck ist da gerade passiert? Erstmal verkaufen. Was ist... Was passiert hier gerade? Habe ich jetzt zufälligerweise versucht, einen Speicherstand zu überschreiben, hab das aber gerade irgendwie nicht gemacht und hab jetzt gedacht, ich hätte gespeichert, oder was? Oder... Oder wie? Was ist denn das jetzt für ein Bullshit? Habe ich jetzt gerade einfach so für selbstverständlich gehalten, dass ich jetzt gerade einfach irgendwas überschreibe, dass ich halt gar nicht drauf geachtet hab, was passiert. Falls ja, dann... Okay, mein Fehler. Falls nicht, dann... Was zum Geiler passiert hier gerade? Was ist das? Was ist das? Das ist doch easy. Warum bin ich gestorben? UJC-Dog, zu Ihrem Dienstag. Meine Fressie, ich werd hier auch gerade rot. Weißt du... Die ganze Zeit, ne? Keine Sonne. Gar nichts. Auch die ganzen vergangenen Tage nicht. Da hast du kaum bis gar keine Sonne wirklich so richtig gehabt. Und jetzt, jetzt scheinst du einmal aus dem Arsch. What the fuck? Speichern. Manueller Speicherstand. What the? Jeder Fortschritt nach dem letzten Checkpoint wird nicht gespeichert? Wait, willst du mir denn gerade erzählen, dass es dann vollkommen scheißegal ist, ob ich gerade einen manuellen Save mache? Das Spiel sagt dann trotzdem, ne, ist mir egal, ich nehm nur die Checkpoints. Was ist das denn für ein Scheiß? Sorry, aber was soll denn der Blödsinn? Das ist doch Schwachsinn, sowas. Warum dann überhaupt einen Save haben, wenn du dann einfach nur die Autos... Äh, nicht die Autosaves. Die Checkpoints nehmen kannst. Das ist doch bescheuert, sowas. Da kannst du ja auch gleich dann das manuelle Speichern schenken. Da braucht man keine Sau mehr. Wenn man dann quasi so ne Mogelpackung dann nur hat. Wie mach ich das jetzt mit diesem dämlichen Roboter? War ich relativ safe auf der Plattform, wo der jetzt gerade sich bewegt? Falls ja, dann könnte ich eventuell dann so die Gegner killen. Ja genau, nimm die Kiste, die Kiste wollte ich haben. Ich glaube die Flinte zu benutzen ist nicht... Oh, ein Schuss nur noch, war toll. Okay, bye. What the... Äh, ich sollte vielleicht mal... weggehen. Sonst habe ich gleich den Roboter wieder am Hals. Kommt hier gleich einer durch die Tür? Das ist der Roboter einfach die ignoriert, das kapiere ich nicht. Ist das nicht seine Aufgabe, die zu killen? Und ja, das ist ein Schuss und das ist der Roboter. Hi. 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 Danke für die Kohle. naja, der kommt auch durch die Bäume da habe ich ein bisschen zu viel geschossen und zu viel verfehlt aber egal, ich hab's doch so, habe ich jetzt meinen Alter, ich habe hier wirklich gerade eine fucking Supernova, ne als würde hier gerade die Bude in Brand stehen so rot bin ich hier ah, ich höre noch einen ich weiß ja geil, wo der jetzt ist ja, da ist er und ich glaube, da kommt gleich noch einer oh shit, nein ich hab den Terminator am Arsch fuck was steht da gerade verarbeite was verarbeitet die Tür äh äh what bin ein bisschen verwirrt was passiert hier äh aus irgendeinem Grund bewegt er sich jetzt plötzlich anders geht eine andere Patrouille hier der was passiert hier tot okay, ich hab nur noch zwei Schuss oh komm oh Bye? Ähm. Okay. Ich gehe mal eben Munition holen, falls vorhanden. Kalisto-Protokoll, meine Damen und Herren. Ach klar, jetzt kriege ich Flinken-Munition. What? What the fuck? Konnte man den Viechern nicht sonst ausweichen, eigentlich? Oh, wie soll ich denn mit einer Flinte die Maschine zerstören? Oh, wird mir jetzt er sein. Oh, endlich Ruhe. Ja, gib mir doch nicht die Munition. Ist zwar gerade besser als nix, aber... Oh, wow, da steht sogar gerade. Bestehende manuelle Speicherdaten mit letztem Checkpoint überschreiben. Das heißt, mein letzter Checkpoint überschreibt meine manuellen Speicherstände. Wenn ich das richtig verstehe. Was soll denn der Blödsinn? Das ist doch bescheuert. Das ist sowas... Oh. Sowas hasse ich. Wie gesagt, da kannst du wirklich einfach das manuelle Speichern einfach aus dem Spiel entfernen. Braucht keine Sau. Und, äh... Spart wahrscheinlich auch Platz. Da latscht noch einer rum. Und da hinten haben wir ne Maschine. Respawn die? Nein, oder? Äh, hier hast du nen Koffer. Nein, das war ein Baum. Ähm... Nein. 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 Go the fuck away. Ich mag nicht, dass die Tür da nichts anzeigt. Ah, okay. Habe ich nen Checkpoint, wenn ich da dran gehe? Ne, habe ich nicht. Sonst würde ich ja die Knarre die ganze Zeit haben. Ah, fuck. Munition. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, fuck. Warum renne ich wie als würde ich joggen? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, okay. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Hey, ne? Das ist doch Bullshit. Da hilft auch Spekulatius D. nicht. Das ist doch Bullshit, so was. Warum spawnen da unendlich von denen? Da spawnen scheinbar unendlich von denen, kann das sein? Dann sollst du da scheinbar durchrennen. Irgendwie überleben. Und weil ich die Maschine nicht zerstört habe, habe ich auch noch die Maschine am Arsch kleben. Wenn es richtig blöd läuft. Und wenn ich die Flinte haben will, dann darf ich die Kacke auch noch jedes Mal holen. Weil das Spiel so bescheuert ist und meint, Checkpoints überschreiben mal eben manuelle Saves. Weil, das ist eine richtig tolle Logik. Fuck off. Das ist dumm. Das ist wirklich saudämlich. Warum sind Checkpoints manuelle Saves am Überschreiben? Hey, ich habe mal eben manuellen Save gemacht. Der ist ungefähr zwei Stunden später. Letzter Checkpoint war aber ungefähr vor zwei Stunden. Ja, sorry, jetzt bist du tot und jetzt darfst du uns die letzten zwei Stunden nachholen. Ich dachte, wir sind hier im Jahr 2022, nicht im Jahre 1995, wo wir noch so ein Spiel wie Final Fantasy spielen. Und wir müssen irgendwelche Autosaves, wir müssen irgendwelche Speicherstände haben, weil wenn man es vergessen hat, und man hat die letzten fünf Stunden nicht gespeichert, und hat ja viel Spaß. Geh zurück zum letzten Speicherstand, der vor ungefähr fünf Stunden war. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. So eine saudämliche Scheiße habe ich ja noch nie gesehen. Naja, abgesehen bei Outlast, bei Outlast, da wusste ich aber auch nie irgendwie so richtig, wo zum Geier ist jetzt dieser Autosave gewesen. Mal bist du weiter nach vorne geschleudert worden, mal wieder weiter nach hinten. Geiler Schuss. Ja, mal warst du weiter vorne gepackt worden, ähm, nach dem, nach dem Checkpoint, dann warst du wieder weiter davor. Das Spiel war, an sich nicht schlecht, aber die Checkpoints waren scheiße. Und ich will die Flinte haben, weil, die wird mir sonst fehlen, glaube ich. den Schwierigkeitsgrad runterstellen, kann ich, glaube ich, nicht, oder? Oh, doch. Weißt du? Das kann ich, glaube ich, machen, ohne dass das jetzt irgendwie... Okay, das ist gut. Weißt du was? Ich mache auf Minimal. Einfach nur dafür, damit ich da durch diesen beschissenen Raum komme. Ach, klar, da kommt der Terminator wieder. Einfach nur, damit ich hier durch diesen, durch diese Absterben... Einfach nur, damit ich durch diesen Abschnitt komme. Danach mache ich wieder auf dem Höchsten. Weil das ist ja gerade richtig Bullshit hier. Sterben, 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 sterben. Und du bist immer und immer und immer wieder hier. Manuell, Saves bringen überhaupt nichts. Die Gegner scheinen hier, äh, unendlich zu respawnen. Ich sag mal so, wir haben jetzt eine Stunde später. Ich bin immer noch in diesem verdammten Raum. Apropos, kann man das hier kaputt machen? Ach so. Okay. Bin ich scheinbar schon mal drin gewesen. Ja, hallo! Wie geht's denn so? Jo. Bye. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Bye. Ich kann sprinten, obwohl ich auf dieser Plurie bin. Oh, fuck, war das denn? Hat er mich jetzt gesehen oder kann er mich hören? Ich weiß es nicht so genau. Oh, und jetzt darf ich die Waffe schon wiederholen. Alter, ist doch nicht dein Scheiß ernst. Nimm doch nur nicht das da. Ach, mein Inventar ist... Ach, mein Inventar ist... Ach, mein Inventar ist... Langsam habe ich echt die Schnurze voll von dem Spiel. Und das einfach nur... Wegen dem bescheuerten Checkpoint-System und Speicherständen, die keinerlei Relevanz haben. Wirklich, was ist das für eine selten dämliche Entscheidung, dass Checkpoints mal eben den Speicherstand überschreiben? Das muss eigentlich genau andersherum sein. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Das muss eigentlich andersherum sein. Du speicherst wo... Und fertig ist. Und ein Checkpoint ist eine Art Autosave. Äh, sowas dämliches habe ich noch nie gesehen. Warum kann ich das Item da nicht aufsammeln? Okay, nicht einsammelbares Item. Weiß der Geier warum. Ich weiß halt einfach nicht, ob ich nicht einfach... Mich da durchkämpfen kann. Einfach weil ich halt nicht weiß, ob die nicht wirklich einfach die ganze Zeit respawnen, wie blöde. Wenn ich das wüsste... Ja gut, dann... Hilft ja nur durchrennen. Äh... Dann hilft ja nur durchrennen, ne? Alles andere hilft ja nicht. Qualitätsprüfung bestätigt.